Herzlich willkommen zu der allerersten Folge Rush Wars. Superstarle hat ein neues Spiel rausgebracht, ist momentan im Soft-Launch. Ja, und das wollen wir jetzt mal ausprobieren hier. Ready to kick, but place your troops. Und dann geht's los. Starten. So, und da hat er sofort jetzt drei Armeen gesetzt. Und die machen da schon mal alles platt. Marschieren da einfach durch. Und den ersten Stern haben wir erreicht. Den zweiten Stern. Das Basic Training. Oh, du hast drei Sterne geholt. Yippie. Juhu. Geil. Ja. So, und da haben wir eine Truhe. Was ist das? Pitcher. Ein Pitcher. Oh nein. Okay. So, was ist das jetzt hier? This is your camp. Here you can chill out and prepare for your next battle. This is our camp. Okay. Attack button when you... Okay, aber erstmal was, 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 was kann man denn hier machen? Ah, okay. Der sagt schon, du sollst da drauf. Oh. Den sollst du mit reinnehmen? Oh nein. Was denn, was denn, was denn, was denn? Weiß nicht mal, oder? Warum? Was ist denn jetzt? Es ist einfach Clash of Clans. Wieso? Kasernen. Es ist einfach Clash of Clans. Äh, bei Clash of Clans war da nicht eine Stadt, die du hattest. Ja, wie ist es da drauf und eigentlich schon fast geht von mir. Kannst du die steuern oder laufen die von alleine? Die laufen von alleine. Ja, die laufen von alleine. Ja, die laufen von alleine. Da kannst du nicht da hin, die da irgendwie was zu gehen. Okay. Hey, du hast wieder drei Sterne geholt. Flawless Victory. Und was ist da drin? Arcade. 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 Was heißt das? So, der erklärt jetzt bestimmt, was. First airdrop found. Und, okay, jetzt müssen wir mal wieder angreifen und dann probieren wir das mal aus. Das ist ein Spell. Was ist das? Das Spell. Was heißt das? Zauber. Ja, und was bedeutet das? Ja, okay, ich werde es jetzt sehen. Also müsste ein Zauber sein, weil es ist nicht wirklich auf Clans, aber das ist ein Zauber. So, oh mein Gott, hast du gleich alles kaputt gemacht. Das sind die Pitcher. Okay. Und mit den Pitchern machst du das erste Pitcher kaputt. Ähm, ah, läuft dann. Okay, okay. Was macht ihr? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das könnte problematisch werden, oder? Hast du noch so ein Air-Ding da? Ja. Äh. Habe es noch zehnmal. Aber mit nur zwei Sternen. Ja. Was ist falsch gelaufen? Ich weiß nicht, ob der ist der nicht getriegt. Und was ist das? Troopers, nochmal Pitcher und was ist das? Shields. Shields? Das ist so was wie die Garzen. Ja, ja. Oh, was kriegen wir da? Den kann man verbessern? Die anderen auch, oder? Nebendran. Kann man verbessern, oder? Mhm. Ja, Leute. Ich habe das bis jetzt noch nicht gespielt. Deswegen, ich kenne das alles nicht. Vielleicht ist das neu. Ja, aber du kennst das ja noch von den alten Spielen. Ich kenne das noch nicht so. Next XP-Level. So, was ist das? Was stand da eben ein Upgrade? Upgrade, halt. Ich weiß ganz genau, was ich dazu machen muss. Ja, aber das erklärst doch wenigstens, weil andere wissen es vielleicht nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, die noch nie Clash of Clans oder Clash Royale gespielt haben. Hier geht es, also eigentlich Clash of Clans, hauptsächlich das ist eigentlich Clash of Clans. Ähm, es geht darum, ähm, kann man da noch was mit hinzu? Ah, okay. Äh, es geht eigentlich hauptsächlich darum... Und diese magischen Dinger noch mit rein, ne? Da kannst du ja auch noch mit rein, ne? Entschuldigung. Ähm, die Sache ist, bei Clash of Clans, oder, ja, bei Clash of Clans eigentlich hauptsächlich, geht es darum, um ihn auch auf Arathos aufzuleveln, wo du dann auch damit halt mehr, äh, ja, quasi mehr Items freigeschaltet hast, also da hin und schliegelt es einfach noch nach vorne. Und den Spell, ähm, das muss man natürlich sagen, ich habe trotzdem schon mal gebraucht. Sicher? Ja, nein, danke. Also, mit einem Stern gewinnt man schon. Ja. Oh, die sind aber down jetzt, das hast du trotzdem verloren. Ja, ne, hab ich nicht verloren. Ja, aber, ja, aber du schaffst aber drei Sterne nicht. Ne, so schlimm. Weil, Leute, an die Leute, die ich jetzt nicht gespielt habe, man hat damals, sein Head, äh... Oh, bitte! Rookie League. So, ähm, man hat damals in Clash of Clans, hat man sein Rathaus nach ganz außen gestellt. Place Defenses. Achso, du, achso, du baust jetzt deine eigene Dinge auf, oder was? Weil hier steht Place Defenses. Ja. Macht das so Sinn? Ja. Ja. Ähm, die Sache ist damals bei, ähm, Clash of Clans, hatte man... Das ist nie Goldmine, erzähl weiter. Hatte man sein Rathaus... Das hat man... Das hat man... Das ist sein Rathaus, hat man sein Rathaus nach außen gestellt. Dann fragt man sich wahrscheinlich... Was? Achso. Dann fragt man sich wahrscheinlich... Äh... Achso. Ähm, damals in Clash of Clans hatte man halt, ja, sein Rathaus immer nach außen gestellt. Zumindest wenn man auf, äh, auf der Russia... Oder auf dem, äh, man wollte Goldmine, äh, äh, oder Elixier... Dann hat man sein Rathaus nach ganz außen gestellt. Die Leute, die dich angegriffen haben, haben dein Rathaus zerstört. Also, die haben natürlich immer gegen dich gewonnen. Dann droppst du erstens deine Trophäen, kochst quasi in ne niedrigere Liga, da gewinnst du immer. Und dann hast du halt immer mehr Elixier und Gold. Die anderen gewinnen zwar gegen dich, aber du verlierst nicht so viel Elixier. Hä? Ja, hab ich nicht verstanden. Also, man, du verlierst absichtlich, um, äh, in eine andere Liga zu kommen, um bessere, um mehr Noten zu können. Ah, okay. Aha. So. Upgrade is available. Defenses ist was. So, Defenses. Ah, das sind diese, das sind diese Kanister da, die explodieren. Kannst du doch bei dir auch noch da mit reinmachen jetzt, ne? Macht das nicht Sinn? Ich kann es mit reinnehmen, ich mach mal. Wobei, du hast ja solche hier bei den Eingängen schon, ne? Das sind ja diese roten, das sind ja die Tonnen da, die explodieren, oder? Okay, safe and go home, oder? Oder macht das Sinn, auch was anderes zu machen? Ja. Was sind das für Dinge nochmal? Die Guards. Die Guards. Sind die gut? Weißt du noch nicht, ne? Nicht wirklich. Kann man irgendwas erkennen, wie welche Stärke, Level oder sowas? Was die haben, wenn man da anklickt? Was ist das für ein Turm? Dieser Schutz. Kann man eigentlich auch sehen, wenn du angegriffen wirst, wie die, was dann passiert? Ja. Kann man wiederholen. Kann man wiederholen. Kann man wiederholen sehen? Ja. Also, was machen wir jetzt? Mal wo denn alles? Wie denn? Ja, wahrscheinlich, oder? Sollten wir mal, wenn ich mal meine Dinge schicke, also wenn wir nicht mal davon haben schon. Dann haben wir mal drei Stück da vorne, einmal da vorne und einmal da vorne. Und da kann man jetzt nicht sehen, welche Stärken die haben oder so, gar nichts. Dann bitte diesen Special Zauber, oder? Ja. Und dann noch unten, oder? Geht auch noch was, oder? Ja. So, Achtung, guck. Ja, was denn? Was? So, genau. Jetzt kann ich aussuchen. Will ich gegen den Kämpfen? Nein, will ich nicht. Weil? Warum? Weil der sein komplettes Ding zugebaut hat. Ah, ja, genau. Das ist schon besser. Ah, das kannst du schon erkennen auf Anhieb? Ja, das ist schon besser. Woran erkennst du das jetzt? Sag mal, warum erkennt man, ob das gut oder schlecht ist jetzt hier? Man erkennt, ob das gut oder schlecht ist daran. Also da hat es vorne frei, ne? Du kannst direkt zu den Dingern marschieren, ne? So, und zwar. Ah, kannst du denen auch Signale geben, wo die... Ja, baff! Wie soll das nicht getroffen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das so getroffen hat. Aber ich hab das genau... Sehen die Leute schon blöd. Okay, also es sieht stark nach zwei Sternen aus, oder? Ne, eine. Ne, eine. Ne, das ist eine Kicks not down. Ne. Mach die drei Platz. Schau. Ein Stern. Ein Stern nur. Warum nur? Ich hab gewonnen. Alles gut. Okay. Nächster Punkt. In Clash of Clans immer nur drei Sterne gespielt. Äh... Viel Spaß. So, einen Attack haben wir. Okay, sechs Sterne. Ähm... Was haben wir einen Attack? Sechs Sterne? Hier oben, da wieder diese Raketen-Dinge. Da gibt's... Was ist denn da unten überhaupt? Da haben wir noch nichts, ne? Was gibt's denn da? Das ist not found. Okay, alles not found. Alles klar. Der... Gefällt mir nicht. Warum? Wegen den... Oh, wegen der Kanone. Wegen der Kanone. Hatte eine Kanone gehabt. Ich hab' ich gar nicht gesehen. Musst du mir mal zeigen, dann... Das ist nicht gut. Alter, wie bauen die denn ihre Basen? Na ja, die verteidigen halt. Ganz oben rein, ne? Ganz oben rein, ne? Ganz oben rein, oder? Oder direkt... Ähm... Was ist denn das? Das sind die Guards, ne? Oh ja, oh ja. Ah, wenn da hinten dieser Pitcher von hinten schießt, ne? Der muss eigentlich im Hintergrund bleiben. Oh, da kriegst du sogar diesmal drei, ne? Ja. Ja. Okay. Also Pitcher immer im Hintergrund und die anderen, die Guards und so weiter nach vorne, ne? Ja, Mann. Drei Sterne. Oh, 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 oh. Ey, dafür macht's aber Sinn, ne? Um Unboxen looten zu können. Macht's schon Sinn, die Sterne zu bekommen. So. Was mit dem Last Squad? Kannst du dir genauso einstellen wie vorher, oder? Use again, oder? Oh, oh. Ja, aber das war ja eigentlich so ganz gut, oder? Ja, gut. Einfach, nicht wirklich hunter, men. Eller. Ich wie exciting werd. Echt. Ich hab so Luft-ST só. Tablett, okay. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. boat такое. wenn man 10.000 euro 10.000 das kostet jedes mal ganz oft hier ist mir noch ganz aufgefallen okay was kostet das hier jetzt lassen wir das mal gucken sagen wir sagen warum du dich dagegen entscheidest dann wenn du also hier jetzt zum beispiel auf jeden fall das macht sinn weil der direkt an den an den ersten dingern die armeen stehen hat okay dann gehen wir weiter alles ja alles oh mein gott da sind auch die armeen alle vorne schon okay hier hier hat er auch fies verteilt die verteidigen ganz schön hier gibt es keine möglichkeit irgendwie durchzukommen hätte da nicht oben vorbeikommen können so und dabei da sind wir auch schon mal richtigen der hier der map okay oder mark das glaube ich wusste nicht gewesen aber zumindest schon mal sind die tonnen weg das ist gut warum aber den kriegst du jetzt da und jetzt müssten die gehen nach unten vielleicht kriegst du da ist das erste down und wenn du das teilt und kriegst alles down oder nicht dann kriegst du alles down weil er jetzt nichts mehr da ist kann es nur das rados ja okay ich weiß drei sterne war gut war eine gute wahl jetzt gehen wir der neue kiste oder was man lassen wir checken was drin ist wieder ein pitcher sehr gut hier ist wieder kann man abreden und was ist das neue was neuer was das bazooka obazooka bazooka sieht gut aus oder für bazooka haben freien slot oder das heißt also wir müssen nichts austauschen oder müssen wir schon was austauschen jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt da bin ich spannend ach so dass diese zahlen darüber das bedeutet level 2 oder was und was haben wir wir haben momentan nur level 1 level 2 aber der hat ja fast nichts hier der kanone ja und dann musst du aber hinten kannst du eine rakete drauf ballern oder nicht du hast nur 44 sekunden left wieso bringt das nix dann kommt da kommt das soll denn nicht hinten dran dass hier soll mitten da rein die soll da und termin werfen direkt da drauf na ja vielleicht kannst du mir in den termin werfer ist jetzt schon da oder von dir ja ich meine da in den raketen ist jetzt schon da und weil er von hinten oh mein gott 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 ja ja aber den kriegst du da und jetzt mit deiner armee da bist du denn da und das schaffst du ach du scheiße du hast recht ach du liebes lottchen ja wohl noch ein stern aber die nächste box ich kann das auch mal probieren ich sagte angreifen ich gucke ich entscheide mal auch ich habe es verstanden so den nächsten den nächsten ja meinst du nicht dass ich das weg bekommen nein das ist perfekt auf gott aufgeteilt aber das kriege ich jetzt hier oben dann ist das durch den krieg ich den krieg ich so und die rocket fliegt jetzt die rocket die rocket schießt du jetzt ja da hat mitten rein bei denen bei diesen acht trocken genau dahin na ja nein also dann muss ich die erst mal die soldaten warum weil wir lassen dass mich doch mal probieren ja das war ein fehler habe ich jetzt auch festgestellt aber ist egal ich krieg die ein dass eine ding kriege ich auf jeden fall so ist egal ich bin das eine ding auf jeden fall so oh mein gott wenn es gut läuft kriege ich alle drei sogar ja von wegen hier guck mal ich kenne mich aus die schießt jetzt weg schade aber zwei ist so schlecht so jetzt aber die box ist ich habe uns die box mit erspielt ich habe wenigstens auch was getan außer nur um da zu sitzen so ich hab da mal drauf eigentlich schätzt du es machen müssen unser locker schießt noch kommen am 1 wo ein boost was auch immer der bedeutet dann machst du jetzt mal upgrade und nach macht wie man upgrade wählen so hier upgrade level 2 jetzt musste gucken jetzt geht es mal wieder auf den angriff da sieht man herrs shield herr mit 30 der mit auf den angriff da ist man auch ein upgrade wählen bei den aber hier ist doch was ja nur dass es neu ist also auf dieser tag links links und links links ja dann versuchst du mal selbst ja gut ich muss das neue dinge auf jeden fall ausprobieren was das bedeutet in der riesen da hier das müssen wir ausprobieren so dann oben die armee dass mich die bilder zusammenstellen die diese gas zweimal das sind die hier ja dann einmal diese nahe nicht die die andere das hier das hier das und nehmen mal sogar typen einmal und einmal und diese level 2 nur die nur ein ja okay also ich werde noch hier zum gleich auf brownie falls du das sehen solltest siehst du ja absolut meinst du das wird was aber absolut was sind das vertraubt mich ist das nicht gescheit sind sind es gar nicht das sind ganz ja und das hinten sind pitcher ja dreier pitcher aber ein wird staunen bekommen glaube ich wenn ich oben rein marschiere kriege ich oben als die drei die zwei zwei davon werden auf deinen auf den truppen kommen ich schaff das ich schaff das kann ich würde das hier mit diesem also das ist dann during the battle okay die erst die guards zweimal die guards dann den bazooka achten dass du die mal gescheit setzt hallo du machst ja ich mach schon was machst du start das funktioniert schon nein du hast den pitcher an die seite gesetzt ja okay das muss man doch nicht das ist rage ja aber erst wenn es so weit ist ich weiß nicht wie lange das anhält jetzt rage doch jetzt doch weil er hat ja keine verteidigung mehr das war das einzige ja man ich krieg 33 sterne das ist alles falsch gemacht drei sterne mein freund so geht das ich zeig dir noch wie das funktioniert macht du noch einen angriff ein stern auf holen sie dir das treue mega cool irgendwie es macht ich spaß also super soll habt ihr euch was gutes einfallen lassen hier ja im gegenseitigen was so ich glaube das ist nicht gut oder hast du dir ich dann ich bin so dumm ich bin so dumm ich habe ich habe mein gott was weiter drücken ob sie nicht gemacht ist ja wieso hättest er probieren können jetzt nachdem du eh schon reingegangen bist oder mehr als verlieren kannst du nicht oder verlierst du dann noch mehr wenn es versuchst das könnte dir an die unten kommst daran an diese erste base und an die achte wenn du unten angreifst das sind zwei wo denn ja hinter diesem 8000 hier aber das ist doch ganz hinten der schießt ist davon aber wenn du mit den raketen und so weiter mit dem rage mode schaffst du das das schaffst du mit dem rage aber den rage erst dann einsetzen wenn du direkt davor bist dann musst du die nummer richtig so warte erst mal bist du jetzt angreifen und ja du musst schon auf dich drauf auf den rage so jetzt warte 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 das erste schaffst du mir klar auch wenn du jetzt drauf gehst ist egal aber das erste schaffst du mein gott oh 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 mein gott du kriegst du ich wusste es ja das ist er kommt nicht dran ja geile ich wusste dass du zwei schaffst so und jetzt kann es kann er verrecklich egal wenn du den sortern bekommen möglich zwei sterne victory und wieder eine kiste dann würde ich sagen wollen wir schon wissen schon aufhören denn es ist auch schon bei der spielung rohaufnahme kommen einer geht noch halbe stunde kriegen wir noch voll ich bin gerade wenn ich überlegt wie viel wir bei dem anderen spiel verbraten haben schon bei dem anderen spiel von da mit 90s und so so upgrade level 2 ja ja leute wir normalerweise würden wir ja das fenster hier aufmachen aber wir haben auch ein fliegengitter davor aber irgendwie schaffen es die fischer trotzdem immer noch irgendwo eine lücke zu finden und wir haben eine ornisse die jede nacht uns hier besucht jede nacht die heute wir wollen einfach mal nach dem waschbecken ja ja und deswegen lassen wir hier momentan das fenster zu und ich werde verrückt ich werde verrückt ehrlich das ist eine hitze hier drin das ist unglaublich sie gut aus ne coco coco kriegst du dauernd wobei könnte problematisch werden raketenwerfern und so weiter na gut wenn der gleiche range mal aber noch nicht noch nicht viel zu früh immer noch viel zu früh jetzt ersten stellen hast du genau und das andere rum kriegst du auch noch darum jawohl facebook warum natürlich mega geil es war der spaß macht richtig spaß searching for gold mines aber ich möchte auch noch eins machen das sieht gut aus ja das hätte ich auch angegriffen also eine da vorne ist auf jeden fall dauernd also war dieses anfeuern leute das ist wirklich sprache ja das seht ihr ja selber das geht echt gut ab dieser rush zu früh ist zu früh ist zu früh doch weil es jetzt schon vorbei ist oh mein gott du kriegst drei stück du kriegst alle drei alle drei mein gott vergleich zu früh ja gut wenn du ein bisschen später ist es auch bekommen das hätte glaube ich jetzt keinen unterschied gemacht aber alle drei cool das war echt eine gute wahl jawohl die nächste box lass mal checken was drin ist lass mal schmecken shields wie der pitcher kennen wo sind das plumber hole oh mein gott hotshot das sieht aus wie ist das legendär was heißt denn das gelbe müßig 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 oh mein gott müßig ihr kennt euch mit den farben nicht auszupassen müßig ist immer geld am start so und ein so ein ding da noch sondern da so ein ja das natürlich wieder kann das aufgaben was kannst abreden oh mein gott alter was weiß was heißt das jetzt zeig mal 0,5 sekunden 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 ok ist da nicht noch etwas upgrade available steht da noch ok oh was ist das blamber hol was ist denn das überhaupt für ein teil die kannst du bei dir das ganze in das ding unten einbauen bei dir ne mach mal rein mach mal rein mach mal rein ich will auch so richtig krasse damage statt haben dass keine uns angreift momentan nochmal rein noch richtig krass bei uns macht davor macht davor macht davor dass die leute auch gleich sagen oh ne will ich nicht angreifen ja 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 so 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 oh ja ja sehr gut sehr gut oh sehr gut oder ne ne das ist nicht so gut oder aber das glaube ich gut ja dort ist es übel so ok jetzt nochmal darf ich auch nochmal angreifen ich möchte nochmal angriff machen ich war jetzt noch einer angriff machen also ich will auch noch angriff machen ich will auch noch angriff machen es macht spaß es macht echt spaß oh mein gott ist doch einfach kamikoto na die rushst du einfach durch ja hört ihr sonst nichts seid ihr nur die paar defenses da und dann das eine dieser raketenwerfer oder was das heißt nein es ist zu früh aber nicht ich hoffe ich denke dass die zeit dann auch oh 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 jetzt 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 mach 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 es hat's nicht ich habs nicht ich hab's nicht ich habs nicht es reicht auch so jahr zu wo sind ein komischer crazy shot welcher ist es von denen level 1 der ganz rechts naja so crazy ist er oder was auch level 1 so crazy sind aber so jetzt gibt man ja da beteiligen was wir noch den letzten angriff für das video machen das macht spaß das macht wirklich das macht das tut dass du damals kein ich weiß gar nicht mehr was was ich damals zu dem zeitpunkt hast du ja was was damals einfach gesagt ja ja also okay also dass ich da immer beschwert das ist mir das ist mir zu hart das kann man nicht ist mir zu hart das ist ja gar nichts doch das wissen ja und kriege staunen oder ich weiß ich kann nicht sagen doch kein gestern ich weiß nicht ich weiß so viel hatte nicht ja nur die sache ist der minwerfer ballet die alle sektor ist alles nur einmal okay ich höre mal auf her sofort das ist aber einfach das ist so wirklich einfach oder aber was das zweier teil da das ist eine kanone aber trotzdem das kriege ich hin also ich fange jetzt an mit denen da was war das vereine also das sind diese truppen ja passt schon nein passt nicht weil sie schneller sind der und dann die und start rush ja ich habe spaß ich habe spaß ja direkt zu dem hin direkt zu dem hin macht das ding direkt da und jetzt jetzt schaffe ich sogar noch mehr ich habe alle drei ich habe alle drei so ja wohl check das leute geil also wenn es ja erst mal erst mal erst mal die truhe mein freund erst mal die truhe den den erfolg möchte ich jetzt noch haben hier erst mal die truhe ich bin sowieso der 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 loot master schliebe oh mein gott oh mein gott oh mein gott was ist das mortar oh mein gott oh mein gott ist das was man kann da draufklicken alter das geil alter ist es geil ich muss das hier noch das müssen wir darum der minenwerfer war das starke anstelle von der kanone anstelle von der wie kann kriege ich die weg so und dann kann ich diesen großen da unten das teil nein nein da unten da wieder warum 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 das ist falsch was 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 so ja geil oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich will noch 1 upgrade erwähnen ich will noch eine runde wischen schnell machen ich muss noch eine runde machen sorry tut mir leid aber ich bin gerade im wie heißt es rasch attack ne wie heißt es rasch was rasch was fieber das mache ich das hier user gern dann gucke ich ob wir irgendwas haben wir irgendwas anderes alles noch gleich aber ich kann dir doch abreden irgendwie warum kann ich kann ich abreden ja da unten abreden ja genau den kann ich abreden oh mein gott hotshot der menschen mehr leben zerstören so okay jetzt aber bei uns sind wir sind es mindestens so jetzt aber ich möchte an die letzte an krank ist richtig warm wird also das der was hatten der hier da war ich einfach durch da rasch ich da rasch ich da rasch ich einfach durch das ist easy das ist wirklich easy die sind schneller hast du gesagt da war ich einfach durch die haben keine chance rasch zugleich in angriff machen jetzt kommt und voll volle granate voll drauf voll drauf und jetzt habe ich es alle drei alle drei leute so funktioniert das schmeckt den er folgen mein pc ist gerade bei 80 grad also ist nicht schlimm ich weiß aber 80 grad außer bei solchen temperaturen so sensationell flawless victory fatality geht noch nicht nur das war sogar sehr gut dass ich das gemacht habe die mine troopers die sind neu oder nein das sind die die wir haben hier sind die vierer wesentlich upgrade upgrade noch kurz ja leute wenn es euch gefallen hat dann da oben da schreibt was irgendwas abonniert unser kanal kostenlos wenn wir weitermachen sollen drunter schreiben bitte oder auch viele leiten viel vielleicht also ist ja dann rein und tschüss